Herzlich Willkommen zurück zu The Binding of a Secret Rebirth. Hier fliegt eine kleine Fliege in meinem Zimmer rum, die mich jetzt nerven wird, den ganzen Run, glaube ich. Und, ähm, wir spielen. Mit Samsung haben wir im letzten Part den Hard Run beendet. Deswegen ist da alles so rot umrandet bei dem Herzen und bei dem Kreuz. Finde ich sehr gut. Wir nehmen... Eden hat auch schon mal alles gekillt. Ich würde ja schon mal gerne alles mit jedem killen hier so. Wir nehmen einfach einen normalen Isaac Run heute, würde ich sagen. Den Winstreak müssen wir auch mal hochtreiben, weil das gibt bestimmt auch ein Item. Curse of the Lost und wer auch Curse of the Lost in der ersten Stage haben will, kann sich diesen Seed hier nehmen. Oh, toll. Ist das da unten recht Slug, dass sich jetzt erst... Slug hat jetzt... War Slug schon immer selbst angezeigt, so mit seiner eigenen Anzeige? Naja, oh Gott. So. Haben wir hier aufgeräumt. Im Idealfall möchte ich keinen Schaden nehmen, ne? Kennen wir ja alles. Einfach einen normalen Isaac Run mal schaffen. Den auch mal gut schaffen. Vielleicht kriegen wir mal gute Sachen. Ich meine, wir kriegen ja ganz oft gute Sachen. Aber... Wir hatten schon lange nichts mehr Überragendes. So was richtig krasses wie beim ersten Run. Weil der erste Run, den kann, glaube ich, bisher nichts übertreffen. Äh... Cancer. HP up. You feel protected. Ich hab... Ich hab voll die ekeligen Arme. Okay, aber ich hab HP up. Und drei blaue Herzen. WTF. Was ist das denn für ein Upgrade? Ich mein, ich... Ich bin... Nö, ich beschwer mich nicht, ne? Sagen wir es mal so. Das ist bestimmt scheiße. Okay, Paralysis. Gut zu wissen, dass es dich gibt. Äh... Was machen wir hier? Okay, das ist ein shitty Raum. Das hätte sogar fast in die Hose gehen können. Machen wir jetzt schon mehr Schaden direkt? Irgendwie dadurch? Ich glaube nicht, ne? Aber ne Kiste bekommen. Wir haben mit ner Trollbombe, die... Nix freispringt. Schade. Schade. Wir haben vier Bomben. Könnte der Raum hier links sein? Nein, er könnte hier sein. Ist aber nicht. Könnte auch hier sein. Aha. Okay, sehr gut. Zwei Schlüssel. Oh mein Gott, das ist super. Gut, haben wir dann alles in der Ebene? Zwei Schlüssel, zwei Bomben. Das ist ganz gut. Und damit gehe ich aus der Ebene raus. Ah ne, hier unten ist noch was. Ist ein Stein dabei? So ein Kreuzstein? Nee. Ich möchte die Kacke eigentlich trotzdem... Oh. Oh, das sind Bomben, Spinnen. Okay. Die müssen mal weg. Gehen wir schon... Ne, in den Shop gehen wir noch nicht. In den Shop gehen wir mal noch nicht. Gut, gehen wir kaputt. Und ey, komm mal her. Kannst ne Hilfe sein. Komm her. Schade. Da ist einer. Brauche ich zwei Bomben für. Ah nee, da komme ich... Oh nee, da komme ich gar nicht dran. Oh. Ein Stein, der mich wieder teast. Oh Mann. So, aber hier möchte ich einmal sprengen. Oh, wieder doof gelöst. Ich hätte unten legen sollen. Egal, aber ich kann dann die Kacke dran und vielleicht noch ein bisschen Geld abzwacken. Vielleicht sogar ein Silberherz. Man weiß es nicht. Schade. Okay. Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit der Ebene. Kenzer ist gar nicht so schlecht. The Hound. Okay. The Hound in der ersten Ebene. Ist jetzt nicht so angenehm. Weil das ein doofer Gegner ist. Bei dem man... Guck mal, die verfolgen einen richtig Kacke und schießen auch noch. Oh, jetzt kommen beide. Ja, danke. Huch. Ja, ich fiel protected. Danke, dass ich jetzt protected bin, aber... Das... Ah. Ich hasse die. Richtig ätzend, die beiden. Ah. Ich habe alle blauen Herzen fast wieder verloren. So, komm. Oh, ich hasse diesen Boss. Ich mag ihn echt nicht. Nicht in der ersten Ebene. Der ist richtig ekelhaft. Ich meine, der ist cool an sich. Aber... Wie er funktioniert, ist eklig. Den Tränen schießen ist... Ich wollte gerade sagen, wenn ich zu weit weg bin, macht der nichts. Ja, toll. Jetzt habe ich schon wieder alle blauen Herzen... Komm, ey. Alle blauen Herzen verloren. Danke. Oh. E-Generation plus HP ab. Okay, haben wir wieder ein Herz bekommen. Na gut. Und die blauen Herzen halt ärgerlich. Extrem ärgerlich. So, Keller. Ja, ist okay. Ich schicke mir halt noch mehr ekelhafte Sachen entgegen. Was ist da los? Habe ich einen Hardrun genommen? Glaube ich nicht. So. Okay, jetzt auch noch so eine Spinne. Ach was? Ernsthaft? Ich sollte nicht in der ersten... Ich sollte immer erst eine Runde i6o spielen. Auf einem anderen Safe. Zum Warmwerden. Und dann aufnehmen. Das klingt gut. Ernsthaft? Ist das der Tick in der Steering Mode, ne? Teleport. Oh. Hallo. Moment, wo sind wir? Sehe ich auch nicht richtig, dass wir hier ewig hätten hinlaufen müssen? AG. Okay, zwei große Räume sind aber auch ätzend. Richtig ätzend. Aber eigentlich können wir es ja... ...brauchen. Was passiert ist mit den Kakaohäufchen? Nix. Okay. Dieser Stein, der macht ja, dass wir... ...aus jedem Stein, den wir Sprenggeld bekommen. Dieser Lucky Stone oder so. Lucky Rock. Glaube ich, so hieß er. Du bist keine Gefahr. Ja doch, wenn du Spinnen spawnst schon. Weil wenn du je mehr du da rein spawnst, umso ungesünder wird es für uns. So. Mal mal da rein. Ich hoffe, ich kriege die Spinnen alle kaputt, die du vorher spawnst. Oh Gott. Huch, wie ist... Ach nee, er ist rausgekommen. Ich dachte, er ist gestorben, aber er ist noch rausgekommen. Wie bist du... Wie hast du das geschafft? Respekt, ey. Ganz schön... Oh Gott. Ganz schön schlau geworden, die Gegner. Das ist da rausgeschafft. Ich weiß nicht, ob das Glück war oder ob er jetzt gezielt da rausgelaufen ist. Hallo. Ganz mal verrecken. Ey. Wie ist es denn wahr? Da hüpft die an mir vorbei. Da hüpft die bei mich bei. Ekelhaft. Komm ich an diese Kiste dran? Die Kiste ist voll gemein. Die Kiste ist mega gemein. Beide Kisten. Da ist ein blauer Stein. Nehmen wir lieber den. Was ist denn mit den Schlüsseln los? Mein lieber Scholli. Okay. Nehme ich alles. So haben wir dann alles in der Ebene. Da können wir sogar mal in den Shop gucken, obwohl wir nicht so viel Geld haben. Äh... Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. So. Ja, ja. Doch, 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 doch. Ganz gut. Äh... Bosskampf. Oh, was ist denn mit den Bossen los? Was kriegen wir denn hier für einen Scheiß? Muss ich gerade echt mal sagen. Vielleicht mit Ovo ist jetzt nicht das Beste, was wir hätten kriegen können, weil der... Der macht seine Kacke mit dem Blutchen voll. Oh. So, bitte sterben. Ich glaube, wenn er stirbt, schiebt sein Baby aus. Oh, nein. Er ist schnell. Ja. Bei ihm ist das so, dass beide sterben. Okay. Range up. Range up ist okay. Oh, geil. Safety Cap. Nehmen wir mit. Das ist geil. Gut. Hat sich der Teleport schon gelohnt? Auch wenn sich das geilste Item ist. Okay. Ich hoffe ja mit dem Teleport halt irgendwann auf dem Errorraum nach dem Bosskampf. Das wäre mega. Ja, spreng mal alle Ecken. Das wäre geil. Ansonsten nehme ich halt nur dich mal zum Sprengen. Ey, hier hin. Ja, das war danke. Das war genug, glaube ich. Ich glaube, der wäre dann aufgegangen, wenn da was wäre. Dankeschön. Oh, nee. Oh, nee. Ja, das war so klar, dass das passiert. Ich bin nicht schnell genug. Oh, nee. Was ist hier mit den Gegnern los? Alter. Was ist heute mit mir los? Ich lasse mich treffen von allen Ecken und ich mache keinen Schaden. Ich habe halt noch kein Damage ab. Das ist mein Problem gerade. Ich habe Range und HP-Ups bekommen. Aber noch kein Damage ab und die Dinger da müssen weg. Ey, das ist ja richtig ekelhaft. Ich habe eine Regeneration durchgemacht. Kannst du jetzt bitte verrecken? Danke. Bitte verrecke einfach. Danke. Und jetzt du bitte. Bad Licker. Komm her. Oh, euch einstens zu bekämpfen ist so nervig. Oh, geil. Full-Helf-Film gibt es auch. Schlüssel haben wir. Wheel of Fortune. Cool. Na. Gerade nicht so geil. Eine Batterie. Okay, das ist cool. Können wir nach dem Mom-Kampf zweimal teleporten. Äh, Mom-Kampf. Nach dem Boss-Kampf. Allgemein hier. Ich würde gerne, dass die bei den Steinen explodiert. Das wäre mega. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Der eine ist da hinten explodiert. Das war jetzt nicht so geplant. Treffe ich nicht mehr. Hallo. Können wir treffen? Danke. Kiste. Noch eine Pille. I found Pills. Danke, dass ich so wunderhübsch aussehen werde in diesem Run. Oh, rastet er halt aus. Immer wenn er getroffen wird, rastet er aus. Okay. Reel of Fortune. Nur eine Münze. Das ist super. Nicht. Kackmaden. Wenn man keinen Schaden macht, seid ihr richtig nervig. So. Ich will doch nur mal schön durchrushen hier. Einen Run, wo man nur krasse Sachen kriegt. Das wäre geil. Irgendwie wäre das geil. Da ist die Blank Card. Was macht die denn? Das ist die Frage. Geht jetzt auch nur hier rein, weil ich schon so viele Schlüssel habe. So, jetzt haben wir hier noch einen Raum. Das Item und Bossraum. Das ist ja geil. Und Geld. Ich möchte nicht den... Irgendwie was war da bei denen. Ich glaube, wenn man ihn in der Mitte tötet, ist das ganz geil. Nee, ich will den Äußersten töten. Nee, ich will den nicht trennen. Genau, das war's. Egal, ging ja ganz gut jetzt. Ah, nein, da ist ja ein Loch. Das habe ich nicht gesehen. Das war gut getarnt, das Loch. So. Mit Geld. Ein bisschen mehr wäre gut gegangen. Naja, egal. Uh. Bloody Last. Ja, da muss ich ja wieder Schaden nehmen. Geben wir erstmal zum Bosskampf. Doppelpin. Ja, super. Ja, super. Ist die Frage, will man das? Oh Gott. Weißt du, ich hätte jetzt mit einem Pin schon Probleme, weil ich keinen Schaden mache. Und jetzt noch ein Doppelpin. Hm. Ei, wieso kommst du da? Ah. Warum? Warum habt ihr euren Rhythmus geteilt? Das ist nicht gut. Macht das Gleiche zusammen. Ja, genau. Ja, ihr schießt sogar fast genau gleich. Ja, genau. Macht alles gleich. Nee, das nicht. Das ist schon wieder Kacke. Ach, komm schon. Wenn einer rauskommt, wenn der andere stehen bleibt, ist das richtig Kacke. Nein. Heute ist mein Jammertag. Nein. Pin, du olle Kackwurst. Also, du bist keine Kackwurst in dem Sinne. Du bist halt einfach nur ein Wurm. Oh Gott. Kannst du den anderen Pin treffen? Das wäre nice. Oh Gott. Das wäre richtig nice. Ist der jetzt da aufgetaucht, wo der andere verschwunden ist? Oh Gott. Doppel Pin ist so ekelhaft. Ich will nicht. Oh, einer ist weg. Halleluja. Jetzt können wir endlich mal darüber reden, dich zu töten. Dankeschön. Oh, 8-Ball. Schatz wieder. So, folgendich. Noch eins. Toll. Paralyse ist es. Okay, die nehmen wir mit. Ich habe keine Bombe, um mich wegzusprengen, aber ich kann folgendes tun. So, und jetzt haben wir noch eine Bombe. Ach, eine Bombe. Eine Batterie hier liegen. Nee, hat mir nichts gebracht. Schade. So ein Mist. Bisher ist der Run ja nicht so toll. Ich bin nicht enttäuscht. Ich dachte, heute wird mein Run kommen. Ich dachte, es wird mein Run. Alter. Raste halt aus. Mann. An die Paralyse ist es sehr schlecht. Warum wollte ich Paralyse mitnehmen? Keine Ahnung. Ich habe das eh in der Tasche wahrscheinlich deswegen. Paralyse ist es ja kacke. Das paralysiert ja mich und nicht die Gegner. Daran habe ich irgendwie gedacht. Dabei. Oh Gott. Kannst du bitte platzen? Ähm. Könnt ihr bitte platzen? Ja, dann muss ich stehen bleiben. Und den Gegnern passiert rein nix. Das ist ein bisschen kacke. Also für mich. So. Ey, cool. Wir haben wieder eine Bombe. Könnt ihr mal verrecken? Mann. Selbst die brauchen ewig. So. Oh nee. Dieser Raum, ne? Ich hasse ihn. Warum schaffe ich die Kackmaden nicht mal in einem Durchlauf, wenn sie auf mich zukommen. Dankeschön. Danke fürs Herz. Ich hätte da bei den Pilzen landen müssen. Hätte ich vielleicht eine coole Pille bekommen. Oder den roten All-Stats-Up-Pilz. Was ist da los? Mein Gott. Raste nicht so aus. Nein. Oh Gott. Ich dachte, ich werde getroffen. Na. Komm her. Oh Gott. Voll-Helf. Ja. Oh nee. Oh nee. Klatze. Klatze. Nein. Oh, ich hasse die große Spinde. Ich hasse alles in Isaac. Ich benutze das Wort hasse in Isaac. Viel zu. Viel zu krass. Wie der sich immer umbringt. Die bringen sich immer selbst um. Die versuchen sich dann immer selbst zu killen. Oh nee. Das sind die mit Bomben drin, ne? Nee, mit Fliegen. Ey. Ich habe die Fliege irgendwie gar nicht gecheckt, ey. Bis sie mich fast getroffen hätte. Ich habe die Fliege irgendwie als Träne gesehen. Ich weiß nicht warum. Weil die so rot leuchtet. Weil er halt auch Tränen schießt. Bitte sterben. Und. Ja. Gut. Und eine Münze für so einen ätzenden Raum. Okay. Danke. Okay. Was könnte denn in dieser blauen Pille drin sein? Hoffentlich was cooles. Oh. Regeneration bekommen. Hallo Fliege. So. Oh nee. Okay. Cool. Ich habe da oben sogar ein bisschen versucht. Einen Geheimgang zu suchen. Ich wäre der Meinung, der wäre sogar erschienen. Wenn da was wäre. Oh. Haut doch ab. Weißt du. Es reicht ja nicht, dass die roten Spinnen. Rote Tränen schießen. Die müssen einem auch noch hinterher laufen. Das ist ja das krasse. Die schießen rundum drehen und verfolgen ein. Dankeschön. Was ist das? Ein von Pils. Dann nimm sie halt. Der Run wird eh nix. Glaube ich. Ja. Aber ey. Ich habe ja Schaden. Genau. Ich habe ja Schaden. Ich habe ja Schaden. Ab dem ich Schaden nicht kriege. Hätte ich fast vergessen. Könnte explodieren. Danke. Wenn so ein paar Fliegen dabei drauf gehen, ist das auch okay. So. Er hat eine Pille verloren. Und noch eine Pille. Das ist Paralyse. Ja. Okay. Pyro. Hot Bombs. Burning Blast. Plus 5 Bombs. Jetzt leuchten wir krass rot. So. So. Die Full-Health-Pille mitgenommen. Und dann machen wir jetzt hier mal Schaden. Alter. Die erscheinen vor mir. Wie gemein. So. Platze. Und du auch. Sehr geil. Ein Herz. Okay. Dann wollen wir jetzt hier rein. Diese Doppelkopf-Maden zerstören, die gar nicht viel aushalten. Merke ich gerade. So. Ist es hier? Yay. Nimm sie. Danke. Boss Raum. Und ekelhafte Spinnen, aber die nur die Dreier-Schüsse machen, die so seitlich wegfliegen. Irgendwann kommen in den Stages auch Laserspinnen und ich werde nicht damit rechnen. So. Kiste. Oh yeah. Hätte ich das gewusst. Hätte ich die für den Boss aufgehoben. Warte mal. Nee. Ach, die sind das. Okay. Die die Flamme hinterlassen. Äh. Da war kein Geheimraum. Hallo, du Kack-Bombe. Hier ist er. Und es gibt Bomben. Oi. Aus. So. Dann haben wir alles, ne? Außer den Duellraum, wo ich nicht rein darf. Vielleicht teleportiere ich mich nach dem Kampf rein. Oh, warte mal. Gehen wir da noch rein? Komm, wir gehen da rein. Es war irgendwie klar, dass Greed kommt. Aua. Warte mal. Können wir eigentlich? Warte mal. Versuch mal was. Gucken, ob das geht. Ah, er hat kein Item verloren. Warte, ich sammle das Geld und teleportiere mich raus. Das will ich jetzt wissen. Theoretisch kann man nicht mehr raus. Aber kann ich mich raus teleportieren? Und dann wird er reingehen? Und er kommt nochmal wieder, weil der Raum war nicht gecleaned. Er, gecleared jetzt. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ja, das... Oh, jetzt kommt sogar Supergreed. Wenn ich jetzt noch Räume gehabt hätte, hätte ich das öfter machen können. Heißt aber, dass wir Supergreed nicht mehr kriegen können, oder? Das ist auch geil. Eigentlich so, dachte ich mal so. Alter. Aber beide Male kein Item bekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber Geld. Und das nicht wenig. Okay. Und eine Bombsakie-Pille. Ja, toll. Oh, nein. Habe ich so schön Bomben gehabt. Mega-Maw. So, den ich es gerne Mega-Man sage. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, bei dem will man vorne stehen. Obwohl er immer spuckt. Aber. Obwohl, will man vorne stehen? Ich weiß es gar nicht. Plus Two Hearts. Okay, cool. Weiter. Jetzt mache ich wieder keinen Schaden. Das ist traurig. Deaths 1. Okay. Meine Tränen sind klein. Nehme ich mir an den... Ich habe blaue Herzen gerade. Ich warte lieber auf eine Herzspendemaschine. Jetzt sind meine Herzen schon wieder kackegal eigentlich. Aber ich habe eine Full Health. Oh. Auch gut. Regeneration hat es zugeschlagen. So eine Herzspendemaschine wäre geil. Weil dann könnte ich Herzen spenden. Und mich mit Full Health... ...witter raus teleportieren. Laser, ey. Ich habe es vergessen. Ey. Wie viele kann... Wenn ich genug davon esse, kriege ich dann irgendwas Tolles? Wenn ich genug iPhone-Pilz gefressen habe. Ach, wenn die Pupsen machen, die auch noch Tränen. Ja, ist okay. Nein, 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 nein. Weil das sind eklige Gegner und Marmhände. Ich meine, ich will zwar ein bisschen Schaden nehmen, aber... Nicht zu diesem Preis. Wie gesagt, eine Herzspendemaschine wäre mir gerade besser. Lieber. Oder ein Bettler, der Herzen nimmt. Wäre auch besser. Was ist das? BibleTracks. Faith Up. Ja, nehmen wir mit. Du bist der Bum-Friend. He's Greedy. Du willst Geld haben. Das ist auch ganz cool. Das ist ganz cool. Aua. Immer dran denken, Nephi. Wenn du Schaden nimmst, ist das mehr Schaden für deine Tränen. Das macht das alles ein bisschen erträglicher. Aua. So. Eine Bombe haben wir mal wieder. Das ist cool. Aber nicht für diese Münze. Für diesen Geheimraum hier vielleicht. Der ist hier wirklich. Hier, nimm sie. Na, hätte ich auch hinlaufen können. Ich hoffe immer, dass ich in den Geheimraum komme. Oder irgendwo hin, wo eine Blutspendemaschine ist. In den Shop oder in der Arcade. In der Arcade wäre jetzt super. Gibt es hier eine Arcade? Ich habe noch keine gesehen. Ja, ist okay. Hallo? Stirb bitte. Gibt es hier eine Arcade? Kann ich noch nicht sehen. Wahrscheinlich unten links, wo ich nicht lang will. Gibt es noch irgendwo einer? Ja. Eine Bombe. Sehr gut. Oh, warte. Ich mache noch einen Raum. Dann. Oh, das war so klar. Dann können wir nämlich. In den Duellraum und uns wieder raus teleportieren. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Danke, Regenna. Jetzt bin ich nicht voll und kann nicht in den Duellraum. Oh. Dann gehen wir hier lang. Uh. Zu dir komme ich gleich. Oh, was. Verreckt halt, Insel. Verreckt halt, Insel. Sehr schön. Ich mache schon gut Schaden, ey. So. Aber leider nur... Temporär. Ah, jetzt ist die Gegnerauswahl aber angenehmer. Ne, 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 ne. Okay, eine Hand ist weg. So. Jetzt wird es angenehm hier. Ey, was habe ich getroffen? Das sind so eklige Gegner. Als Turm sind die schon ätzend. Und jetzt laufen die auch noch rum. Oh, und dann schützen die sich auch noch so kacke. Oh, Gott sei Dank ist es vorbei. Komm. Oh. Arcade wird toll. Brains nehme ich auch. Oh Gott, nein. Ich werde eingesperrt. Oh nein. Ich werde getroffen. Ah. Kack, rotze auf den Boden. Left Hand. Pillen. Schlüssel. Was war das? Das ist noch eine Full Health. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir klopfen uns mal hier hinter. Ah, ne, warte. Ich habe da noch den... Das hätte ich fast vergessen. Noch eine Full Health. Das war nicht gut. Wenn wir... Oh, ne. Wenn wir halt, wie gesagt... ...eine Arcade hier hätten. Dann wäre das echt gut. Also eine Arcade mit Blutspendemaschine. Oder so ein Buddy, der Blut fressen will. Die Left Hand macht das mehr rote Kisten spawnen, ne? Will ich das? Erstmal will ich zu dir. Ich hoffe, das hat keine größeren Sprengradius. So, gib mir was. Aber bitte keine Trollbombe. HP ab. Ja, okay. Ach, komm schon. Willst du die Kack-Gegner weg? Mann. Ich könnte mir jetzt auch unendlich Schaden geben lassen. Oh. Und... Mich mit der Full Health wieder hochheilen und dann einen mega krassen Schaden machen. Für den Boss halt. Aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich weiß genau, dass da noch Fliegen sind. Die dann auch irgendwie rumfliegen jetzt. Kackviecher. Was hat der hier für den Kackraum bekommen? Ah, ne, doch. Okay, wir haben es überlebt. Hallo, Schlüssel. Ist ja echt nix an Arcade oder so. Der Duellraum halt. Da muss ich mir aber jetzt eine Full Health geben. Was ärgerlich ist. Habe ich den Schlüssel, äh, im Shop das Herz gekauft? Habe ich? Habe ich nicht? Habe ich? Habe ich. Was kriegen wir denn noch als Pille? Lemon Party. Auch schön. Aber ich würde die Full Health gerne mitnehmen. Aber ich kann Lemon Party halt beim Boss benutzen. Der sich hoffentlich Schaden nimmt. Den Teleporter hätte ich mitnehmen müssen. So. Ich muss nochmal zurück. Ich muss den Teleporter holen. Ist der voll gewesen? Ich hoffe. Das war jetzt blöd. Das habe ich vergessen. Weil ich will ja da rein. Und dann wieder raus. Mit den Teleporter. So. Und die Lemon Party nehmen wir mit. Auch vielleicht machen wir es auch mit der Lemon Party. Die, äh, Gegner da drin. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch eine coole Belohnung. Kann ja auch passieren. Auf jeden Fall mache ich krassen Schaden gerade. Fast vollen Schaden. Wir haben hier auf jeden Fall drei Kisten. Das bringt, da bringt Lemon Party recht wenig. Lemon Party hat mir nichts gebracht. Ah, scheiße. Das Herz zu nehmen hat mir auch nichts gebracht. Ich mache das jetzt zu Ende hier. Kein Bock mehr hier. Mich klein halten. Oh, ne. Ich will raus. Ich will hier weg. Keine Lust mehr. So, du bist weg. Du bist weg. Und du kommst jetzt hoch. Und bist auch weg. Keine Belohnung. Nein. Was war das für eine Karte? Ach, die Batterie. Ah. Das ist keine Karte. Das ist die Batterie. Ja, da haben wir jetzt die volle Helfpille noch. Und dann gehen wir. Alles falsch gemacht hier. Alles falsch. Ich will auf jeden Fall dieses Faith Up mal haben. Und nicht die linke Hand. Monstro. Mein. Ey, ernsthaft? Du hast eine Spinne gespawnt. Äh, eine Fliege gespawnt. So eine kleine. So eine richtig nervige. Und irgendwie habe ich vergessen, dass du Laser machst. Warum auch immer. Mann, gehst du mir gerade auf die Nüsse. So. Ja, ja. Lass deine Fliegen platzen. Ach, komm schon. Ich dachte, du machst deinen Laser. Was ist da los? Jetzt machst du ihn. Monstro ist so kacke. Oh, yes. Das heilt uns auch direkt. Oh, so eine Herzspendemaschine wäre so gut gewesen. Wir müssen auch noch den Bloodbag freischalten. Ach, komm, wir haben genug. Ach. Lol. Die habe ich gar nicht registriert. Da ist sie. Und wie kacke du positioniert bist. Oh, yes. Der Raum ist das. Und jetzt machen wir hier so. Gott. So, ein neues Feuer gelegt. Gehretisch müsste ich mich jetzt mal ein paar Mal treffen lassen. Aber ich habe blaue Herzen. So meine ich das nicht. Geht weg. Ich habe nichts für euch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Mann, geh weg. Ich hasse die Körper. Wieso geht es jetzt? Mit Körper sind die schlimmer. So. Oh, Schlüssel. Bosskampf? Ernsthaft? Doppelpinn schon wieder? Ist es drei? Triple-Pin? Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Einer ist weg, okay. Komm schon. Na? Noch einer weg. Oh, Gott sei Dank. Hat er gerade die Richtung in der Luft gedreht? Krass. Ja, ich treffe ihn nicht mehr. Hallo? Gott, Triple-Pin, ey. Lustigerweise ging der jetzt schneller als der Doppelpinn in den Bossraum. Ach ja. Ist okay. Die kacken hier überall hin. Mal aufhören. Mal aufhören zu kacken. Geld. Und ne Bombe. Okay, gut. Achso, stimmt. Sammle du. Sammle du das Geld. Ey, ich will die... Hallo? Moment. So. Stellen wir uns jetzt hier in die Mitte. Da können die mir nix. Oder können die mir was? Nee, ne? So. Einmal hingeschossen. Geld. Shop-Karte. Blue Map. Secrets. So. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld. Ah. Alter. Ich habe nur eine Bombe. Ja, hoffen wir mal, dass wir genug Geld kriegen. Dann können wir uns noch das blaue Herz kaufen. Ekliger Gegner. Platze einfach. So. Und dann diese komischen Tentakeln. So. Oh, Mist. Ich hätte mir nochmal... Ich hätte den Bam bei dir da nochmal... ...das Geld sammeln lassen sollen. Vier Hände ist okay. Sonst nichts zu tun. Kaki. Kaki, kaki. Und wir verlieren keinen Schlüssel, wenn wir da oben reingehen. Das ist natürlich auch schön. Nein. Aus. Platze einfach. Platz in deine Einzelteile. Der Platz in deine kleinen Mini-Kaki-Teile. So. Nix bekommen. Klippen wir beide aus. Ich glaube, das war zu hoch. Ne, doch nicht. Infestation. They grow inside. Das ist nicht so schlecht. Muss man gerade so sagen. Warum habe ich das jetzt aufgehoben? Ich habe es gesehen und wollte es haben. Du bist halt ärgerlich da. Ist mega ärgerlich, dass der da steht. Oh. Hi. So. Jetzt bist du harmlos. Da kommen wir nie rein. Außer ich teleportiere mich zufällig hin. Jetzt ist das weiße Herz weg. Ich weiß. Oh ja. Gib mir Herzen dafür. Das Geld. Das ist super. Und eine Karte. Okay. Und meine Fliegen wachsen halt bei jedem Schaden, das ich nehme. Ist minimal nervig, so zu spielen. Aber okay. Jetzt habe ich es aufgesammelt. Das tut mir leid. Ah, das flog mir so in die Tasche. Oh, sehr geil. Noch eine? Das geht. Sammel. Ja. Er ist schon mal freigeschaltet. Wenn er jetzt noch platzen würde und mir den auch gibt, wäre super. Def. So. Speed up. Äh. Komm, platze. Oh, ein halbes Herz. Danke. Die ist auch sehr sparsam mit dem Geld, ne? Was die mir rausrückt. Muss ich gerade gestehen. Sonst gibt die immer ein bisschen mehr. Ist er das? Ja. Er ist es. Okay. Def. Def nehmen wir mit. Wir haben da so ein paar Fliegen. Ähm. Geheimraum ist da oben. Ich habe keine Bomben. Habe ich für die Fackeln aufgebraucht. Alter. Ich habe keine Bomben. So ein Shit. Oh ja. Fliegen. Macht das bitte. Sehr geil. So. Gucken wir mal, was hier kommt. Ach, Mami kommt. Scheiße. Aber ich habe ja einen Teleporter. Oh, sie hat mir alle Fliegen getötet und ist daran verreckt. Sie hat mir einfach alle Fliegen weggetreten. Oh. Bombser Key. Das Bloss ist Diarrhea. Full Health. Paralyse ist... Bombser Key ist eigentlich ganz cool. Hä, 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 hä. So. Ah, Mist. Ich hätte mir Diarrhea mitnehmen müssen. Dann hätte ich die Kiste aufspringen sollen. Nein. Die Kiste. Die Karte wäre sogar nützlich gewesen. Screw you. Hä? War hier... Achso. Das war der alte Raum. Ich habe irgendwie gerade auf der Karte etwas Gelbes gesehen und dachte so, hey, da musst du hin. Ey, nimm mal mit. Hast du was für mich jetzt? Nein. Natürlich nicht. Geier. Oh ja. Ich hätte es für die Kisten aufsparen sollen. Ich habe eine Full Health Pille. Das Problem ist, ich verliere das blaue Herz dadurch. Ich habe noch einen Duellraum. Da kann ich aber nicht rein. Ah, aber ich habe einen Bossraum. Da kann ich rein. Gehen wir da... Oh. Gehen wir da mal hin? Wir gehen erstmal da rein. Da darf ich nicht rein. Dann gehen wir hier rein. Das hat sich gelohnt. Lass mich doch rein. Hier ist ein Geheimraum. Da darf ich nicht hin. Ah. Ist da eine Explosive Diarrhea bei? Ah, Tatsache. Okay, dann zu den Kisten. Ja, auf jeden Fall hier hin. Alter Falter. Okay, zack, zack. Zack. Neue Bomben. Sehr gut. Dann kommen wir noch in den Geheimraum. Du machst blub, blub. Du machst die Tränen so breit, aber das will ich nicht. Das will ich gerade nicht. Den waren wir in dem Raum. Die Full-Health-Pille muss ich mir gleich wiederholen. Nehmen wir hier eine Bombe hin. Zwei Schlüssel. Okay. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Nicht wirklich. Ey. Ich werde jetzt Schaden nehmen. Ich sehe es schon. Doch nicht. Ich habe es halt voll raus. So. Okay. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass vermutlich, dass der eine Geheimraum so nah am Bossraum dran ist, wie möglich. Ist damit ja schon fast wieder widerlegt, dass das fast immer der Fall ist. Also fast immer ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Aber dieses Mal war es nicht der Fall. Äh. Full-Health. Was lag hier noch? Explosive Diarrhea. Ja, da können wir ja mal jetzt hier rumpupsen. Kam die Karte gerade raus. The Lovers. Bombs are key. Full-Health. So. Auf in die Womp. Ich muss ja Schaden nehmen. Einfach nur, damit ich Schaden mache. Ich habe kein einziges Damage abbekommen. Das will ich mal festhalten. So. Kann ich an dir Schaden nehmen? Du stirbst da durch? An euch will ich eigentlich keinen Schaden nehmen, weil das ist gemein. Ah. Oh nein. Ich habe doch Schaden genommen. So. Hier liegt ein Herz. Das ist sehr gut. Ich habe eine Bombe. Die will ich dafür jetzt noch nicht opfern. Stirb bitte. Guck mal. Wir machen keinen Schaden. Nix. Aber. Es tut mir jetzt auch gar nicht leid, wenn ich getroffen werde. So für mich. Müsste mich in jedem Raum einmal treffen lassen. Damit ich stärker werde mit jedem Raum. Schade. Kein Geheimraum. Drei. Vier. Fünf Schüsse. Ja. Fünf Schüsse brauche ich für so ein Ding. Das ist schon ekelhaft. Oh. Und die Dinger sind noch schlimmer. Gib mir den Kopf. Ich mag den Kopf, glaube ich, lieber als die, die mir hinterherlaufen. Bin mir da noch unschüssig. Aber. Okay. Ich mag doch die Dementer. Hau ab. So. Aber wie schnell die schießen. Batterie und Schlüssel. Okay. Hier ist auf jeden Fall der Bossraum. Aber ich glaube, ich will noch ein bisschen Schaden nehmen. Ey, der wollte ich jetzt getroffen werden und der trifft nicht. Danke. Okay. Hey, du bist weg. Komm schon. Komm, wenn man beide gut gleichmäßig trifft, dann sterben beide. Judgment. Einen Schlüssel, das sie mir gegeben. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, mein Kumpel. Mein Kumpel. Wenn du ein schwarzer Kumpel gewesen wärst, mit Herzen, hätte ich das sogar gut gefunden. Aber diesmal wolltest du keiner werden. Gemein. Vor allem, wenn man so viele Schlüssel hat, wie ich gerade. So, komm raus. So. Ja. Triple-Version, wovon einen Teil kleiner ist. Ist okay. Und wieder nur ein Schlüssel bekommen. Das ist doch nicht wahr. Braucht keine Schlüssel. Ich brauche Bomben. Verdammt. Oh, eklhaft. So kann er die Herzen nicht auftöten. Das wäre voll lustig. Kannst du die Gegner rennen? Nee, du kannst die nur knuffen. Mist. Ich dachte, ich kriege ihn in die Stacheln und mich nicht. War ich jetzt hier schon? Ja. Okay. Haben wir jetzt genug Schaden? Ich weiß es nicht. Und da kommen wir nicht durch, ohne Schaden zu nehmen. Und wir müssen eine Bombe opfern. So, dann haben wir... Oh, hier waren wir noch nicht. Sehr gut. Wieso kriege ich nur Schlüssel? Oh, fuck. Das sind nur rote. Dein Ernst. Das sind nur rote. Können wir denn ernst sein? Mann. Nein, nein, nein. Was ist das? Hier ist noch einer. Du verlierst ein Herz. Oder platzt in Tränen. Ich weiß es nicht. Ah, du verlierst ein Herz. Sehr gut. Da ist ein Duellraum. Sonst ist hier nichts. Ja, toll. Ein leerer großer Raum. Hallo? Isaac hier. Ich habe einen Scheiß-Run. So, warte mal. Kann da einer sein? Nein, da kann keiner sein. Ja, kann theoretisch... Dann nur unten. Weil unten kann ich... Kann ich halt springen. Dein Ernst? Weißt du, das ist das, was ich am wenigsten brauche. Du bist auch noch da. Trollbombe. Na gut. Hat nicht sollen sein. Wo war der Bossraum? Ich glaube nicht hier. Doch, hier oben, ne? Will ich die Batterie? Gucken wir erstmal. Death. Und ich mache... Okay. Ja, ich mache guten Schaden. Ja doch. Kann man mit leben. Aua. Ekelhafte Tränen langsam. Aua. Ah, jetzt schickt er sein Pferdchen los. Und die auch noch. Ah. Wollte gerade sagen, geht das Slow-Effekt auch mal weg. Ich fühle mich immer noch so langsam. Ey, hör mal auf, neue zu machen. Danke. Lass mal auf. Es lohnt sich eigentlich nicht. Oh, nee. Jetzt platzt er auch noch in neue. Platzt halt in neue auf. So. Oh, Mist. Okay. Nein, nicht gut. So. Bandage Girl. Und ein Satan-Deal. Book of Belial. Und ein Baby. Und der Goathead. Wir nehmen keinen Satan-Deal. Wir gehen raus. Hoffen vielleicht... Vielleicht kriegen wir noch einen Engelsraum. Ich hoffe es mal. Hm. Das war doof. Ich hoffe, wie gesagt, immer auf einen Errorraum. So einen Errorraum danach wäre noch ganz geil. Aber auf einen Errorraum zu hoffen, ist halt... Da kannst du auch auf einen Gewinn im Lotto hoffen. Obwohl, ich glaube, die Chance auf den Errorraum ist höher. So. Dann wollen wir mal raus hier. Das lasse ich auch hier liegen. Bist du noch da? Willst du das unbedingt andrehen? Ah, nee. Gegen die Engel kann man kämpfen. Das würde ich auch gerne mal machen. Im Engelraum so einen Engel wegsprengen. Dann kann man angeblich gegen den Engel kämpfen. Das würde ich eigentlich mal machen. Oh, nee. Ich bin schon wieder schwach, ne? Oh, nein. Gib mir Schaden. Gib mir Schaden. Ich muss halt nur auf meine Energie achten. Nicht, dass ich verrecke. Nehme ich nur ein halbes Herzschaden die ganze Zeit? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist wegen Cancer. Kann das sein? Das ist natürlich cool. Das ist dann ein bisschen wie der Wafer. Und das gefällt mir. Einfach platzen. Einfach platzen. Einfach platzen. Danke. Hier ist ein Geheimraum. Warum immer Schlüssel? Dass die anderen Ausgänge nicht aufgehen. Das ist ein bisschen ätzend. Okay, okay, okay. Reicht. Ein Schaden. Reicht. Aha. Jetzt habe ich aber genug. Ich glaube auch, dass das reicht. So. Oh, nee. Was? Schon wieder der Raum. Bandage Girl, protect me. Protect me, Bandage Girl. So. Und dann noch die. Eigentlich muss ich nur hier warten. So. Lockdown. Ja, kann die auch gebrauchen. Dankeschön. Oh Gott. Bomben. Oh mein Gott, die brauche ich. Oh mein Gott. Den Matchstick konnte ich jetzt gut gebrauchen. Ich brauche Bomben. Da bin ich sogar echt dankbar für. So. Keine Bomben. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Sehen wir diesen Raum als Damage-Aufwertung? So, hallo Boss-Raum. Ich habe gerade aber noch was anderes zu tun. Ich bin noch nicht zufrieden mit meinem Stand hier. Ist es denn wahr, ey? Das tue ich mir nicht an. Ja, ja, ja. Verliert den Kopf. Ist okay. Oh Mann, ey. Haut doch alle ab. Ich will wieder Hause. Mami. Ach so, Moment. Da war was. Okay. Oh, einer ist so rausgekommen. Wie das klingt. Einer ist so rausgekommen. Der kam ganz ohne Hilfe raus. Okay. Na. Shit. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt Schaden nehmen. Ärgerlich. So, unser Teleporter ist aber wieder bereit. Ihr Mistfächer. Ich habe keine Full-Helf mehr. Hangman. Oh, mit kann ich fliegen. Für einen Raum. Aua. Aua. Ist das eine Full-Helf? Das ist eine Full-Helf sein. Ja. Not today. Also today ist es ja eh schon passiert, aber... Ah, trotzdem passiert. Oh, nee. Eine? Nee, da kommt noch eine. Kommt noch eine? Ich hoffe nicht. Ich habe keine Lust hier rausgetragen, obwohl das jetzt gehen würde. Wir haben alle Räume gecleared. Der gehängte Mann. Und noch habe ich keinen Nutzen gesehen. Oh, nee. Genau. Mach du. Okay. Du hast Spades. Mehr Schlüssel. Willst du mich verarschen, Spiel? Oh, das ist der Boss. Moment. Das hätte ich... Oh Gott. Der hat mich erwischt, aber irgendwie hat er mir nichts gemacht. Ja, ja. Ist okay. Stirb. Danke. Sammel ein. Toll. Ich muss Bomben opfern, um an Bomben zu kommen. Das ist toll, wenn man keine Bomben hat. Nein, bleib doch. Ach so. Du bist rot. Ich kann dich sowieso fertig machen. Ah, Moment. Ich habe den Hankman. Dann kann ich mir die Bomben holen. So. Können wir... Im Geheimraum war ich drin. In einen anderen Geheimraum rein. Ja, doch. Ja, kann man machen. Ich wüsste nicht, wofür ich den Hankman... Guck mal, ich hatte diesen kacki... Kacki, kacki, kacki Matchstick. Und dann kriege ich nicht mal Bomben gedroppt. Ah, stattdessen kriege ich sowas hier. Und kriege hier nur Sprüche. Toll. Toll. Statt blauen Herzen. Oder Bomben. Oder was, was auch immer. Ach ja, es ist ja It Lives. Wir sind ja schon soweit. Ah, diese Augen. Dankeschön. Das ist das Schlimmste geschafft vom Bosskampf. Das ist wirklich das Schlimmste. Habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Oh, nee. Das ist schlimm. Oh Gott. Wie viele spawnen denn da noch? Isaac? Ja, das bin ich. Aber... Ich glaube, mein Schaden wird nicht mehr besser. Isaac, du brauchst keinen Schaden. Oh nein, was? Dein Ernst? Aber die töten... Das ist krass, dass Eclips alles selbst töten kann. Okay. Das ist eklig. Jetzt räumst du ja selber auf. Aber wir haben es geschafft. Jawoll. Ah, es ist nur so ein Raum. Aber eigentlich will ich mal hoch wieder. Wir haben zwar Scheiße nur am Stecken. Geht es oder geht es nicht? Ich habe keine Bombe mehr. Nein, ich hätte es gerne ausprobiert. Auf nach oben. Curse of Darkness. Warum? Gib mir Schaden. Ich brauche Schaden. Ich brauche allerdings auch Herzen danach. Das heißt, gib mir nur Schaden, wenn ich auch Herzen danach kriege. Wieso Schlüssel? Ich brauche keine Schlüssel. Loki, mein Friend. Will ich eigentlich hier mit... Damit ich Schaden fresse, greife ich die jetzt einfach mit Bandage Girl an. So, das reicht aber, glaube ich, auch. Wir haben genug Schaden. Das ist wahnsinnig, was ich tue. Ja! Ich weiß. Ich muss wahnsinnig spielen. Schöner Raum hier übrigens mit dem Feuer. Okay, ich brauche Herzen. Ganz dringend brauche ich Herzen. Kein Schaden mehr. Hört auf mit Schaden. Hört auf mit Schaden, habe ich gesagt. Oh Gott, ich werde so sterben. Oh, ein Herz. Wie nett. Eine Full-Health-Pille wäre mir lieber. Und Bomben. Der Reiter in dem engen Raum, das kannst du knicken. Eklige Köpfe in dem Raum, kannst du knicken. Oh Gott. Ihhh, ist das eklig. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ah, fuck it. Wenn ich dieses Protection-Ding nicht hätte, wäre ich schon lange tot. Nicht ein Herz. Ich könnte kotzen. Oh Gott. Ich könnte kotzen. Daddy. Oh. Daddy hat es mir gegeben. Ich habe zu Yolo gespielt, aber ich habe nichts bekommen. Ihr seht es ja. Ich habe keinen Damage-Upgrade bekommen. Ich musste so spielen. Oh. Na gut. Das war es mit dem, wir sehen uns im nächsten Run von The Binding of Isaac, Rebirth. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.